Hallo und herzlich willkommen zu Fortnite. Battle Royale machen wir. Das ist ja komplett kostenlos und ab 12.00 Uhr und jetzt warten wir auf den Server, bis das geladen hat. Wird nicht so lange dauern. So, okay. Jetzt läd's. Hallo? Hi. Was geht? Was muss ich jetzt hier machen? Was? Ist das ein Springreifen? Wui. Oh. Tür öffnet sich in 15 Sekunden. Da rechts nicht meine Karte, weil ich abspringen muss anscheinend. Okay. So, jetzt soll ich abspringen. Ach, wie romantisch. Einfach nur segeln. Aber schön schneller. Wui. Vollgas. So, Hängegleiter. Komm, hilf mir. Ich lande jetzt hier. Oh, in 57 Sekunden kommt ein Sturm. Ich lande mal hier in der Stadt. Oh, ich muss runter. Oh, ich muss runter. Jetzt kommt langsam Sturm. Ich glaube, ich sollte landen, wo es einigermaßen sicher ist. Hier vielleicht. Auf dem Dach. Hier, das bekomme ich ja alles. Gibt's hier irgendwas? Ich muss hier durch. Sorry. Durch. Oh, da ist jemand. Auge des Sturms wird kleiner. Kann ich eigentlich hier mitfahren? Ach, ich kann das so kaputt machen oder was? Gibt's hier irgendwo Waffen? Womit ich mich verteidigen kann? Oh. Ich muss hier durch. Ich brauche einfach nur diese... Ich brauche einfach nur diese... Ich komme hier nicht durch. Ich brauche einfach meine Knarre. Sonst komme ich hier nicht... Sonst kann ich mich hier nicht verteidigen, wenn wir hier alle abschießen. Einkaufswagen. Also ich kann das noch... Ich kann das noch gar nicht gut. Ah, hier ist ja was. So. Das kann ich wenigstens mal ein bisschen unter... Äh... Kann ich mich wenigstens mal ein bisschen... Verteidigen. Schöne Schmetterlinge. Hier war anscheinend noch niemand drin. Oh. Hier ist ein bisschen größer. Ach, hier ist noch was. Ich habe ja Glück. Was war das? Was war das? Nein. Wer war das? Nein, ich bin gestorben. Oh nein. Was passiert? Hallo, wieso kann ich mich nicht bewegen? Achso, ich muss die anschauen. Ich muss jetzt die Werbung sehen, oder was? Okay. Spieler melden kann ich sogar. Ja, toll. Bin schon direkt gestorben. Aber ich kenne mich hier überhaupt noch nicht gut aus. Also, verzeiht mir das. Komm, ich will hier diese Werbung nicht anschauen. Zurück zur Lobby. So, bereit. Gut. Spielersuche. Jetzt lädt es mal wieder. Werd aber sehr schnell. Was bin ich für ein Bulle hier? Ey. Werd du mich hier nicht brutal? Okay, in fünf Sekunden ähm kommen wir hier in diesen Bus da. Jetzt. Okay. Ich muss bald runter. springen. Nio, nio. Hier runter. Absturz. Nio. Ich bin aber ganz schön schnell unterwegs. Und Hängegleiter. Ich bin einer der ersten, hoffe ich. Hoffentlich komme ich zu. Oh nein, da ist hier schon jemand. Oh nein. Stand wieder auf dem Haus. Und jo. Ich bin schon da. Komm ich mal irgendwie rein. Durchsuchen. Okay, cool. Aber jetzt kann ich mich schon mal verteidigen. Danny Yeston? Das ist doch ein YouTuber. Ich weiß nicht, ob er das jetzt wirklich ist. Ich muss mich... Ich muss vorsichtig kommen. Ich muss mich nicht mehr sehen. 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 So, ich geh' nochmal hier rein. Oh, auf dich wartet eine Freundschaftsanfrage. Ich steck hier. Nein! Wieso? Okay, ich geb' mir noch einen Versuch. Eine Freundschaftsansage. Jetzt bin ich wie der Typ hier. Also wie gesagt, ich bin auch kein Profi. Okay, es geht weiter. Ist ja wieder hier. Alles wie gewohnt. Wo denn? Ist hier jemand? Kann ich runter? Nee, kann ich nicht. Sieht zwar nicht so realistisch aus. Ey! Gut, egal. Es geht weiter. Ich geb' ihr nochmal einen Versuch. Wie gesagt. So, jetzt muss ich gleich raus bestimmt. Jetzt. Hallo. Ich muss raus. Oh, ich muss glaube ich ein bisschen woanders hin. damit ich die von da angreifen kann. Ich hoffe, die entdecken mich jetzt nicht. runter. Ich muss runter einfach nur. Hier könnte da was drin sein. Ja, hier ist doch was drin. Hallo. Da gibt's auch noch einen anderen Weg. So. Hier. Ganz leise. Ja. 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 Hier ist jemand drin. Bitte komm raus. Tra견. Hänger. Vektor. Hey. Was bin ich? In welcher Perspektive bin ich? Sind ja eigentlich ganz nett alle. Ich glaube, ich tue denen nichts. Boah, ich hatte schon richtig Panik, ey. Ist hier was? Oh, hier ist glaube ich jemand. Schleichen. Oh! Wow! Wo geht ihr hin? Ja. Okay. So. Das ist glaube ich der Nahkampf. Ich hole mir diesen Multiplayer oder sowas. Bitte knallt mich nicht ab. Ich habe euch nichts getan. Nein! Mann, was soll das denn? Okay, das war es schon mal. Ähm. Ja. Okay. Okay. Okay, das war es schon mal mit der ersten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Ähm. Das hat mir nämlich ein anderes Kanalmitglied empfohlen. Deswegen habe ich das jetzt mal ausprobiert. Oh cool! Jemand will ein Freund sein. Ja denn. Okay. Äh. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Und bis dahin. Und... Ciao! Ciao!